Herzlich willkommen heute wieder bei Lernen der Zukunft. Und heute habe ich eine ganz große Freude, nämlich einen Rückkehrer, einen Wiederholungstäter, der Ihnen zu Hause garantiert bekannt ist, spätestens seitdem er mit seinen Videos in YouTube ganz oben immer mitspielt. Und es geht um juristische Fragen und das ist ganz spannend von ihm präsentiert. Lieber Christian Solmecke, der Taschenanwalt, grüß dich. Hey, der Taschenanwalt, hier ist er sogar. Ja, wunderbar. Ja, du bist ja jetzt nebenbei auch noch zum Bestseller-Autor avanciert in den letzten Wochen. Ja, danke. Also tatsächlich Platz zwei in der Spiegel-Bestseller-Liste eingestiegen. Das war ein Hammer. Wer hätte gedacht, dass die Menschen in Deutschland sich so an Recht und Ordnung halten wollen und sich da dann informieren wollen mit meinem neuen Buch, war wirklich eine Überraschung, auch von dem Verklag, dass das Buch so viel gekauft worden ist. Und in der zweiten Woche, die immer die schwierigste Woche ist, waren wir immerhin noch Platz neun der Spiegel-Bestseller-Liste. Also wenn man sich da überhaupt hält, ist das schon eine Kunst, um überhaupt da einzusteigen. Und jetzt sind wir für mindestens ein Jahr in allen Buchhandlungen zu haben. Also sind wir ganz happy eigentlich. Richtig geil, richtig geil. Ja, und bei dir war es ja ganz spannend gestartet. Wir haben ja schon uns vor einigen Jahren getroffen. Da hast du gerade die 100.000 hinter dir gelassen und immer gedacht, um Gottes Willen, da komme ich ja nie hin, ja. So nach dem Motto. Wobei du sie ja auch längst geknackt hast, Dicke. Mittlerweile. Da hängst du doch den Silber in den Play-Button, sehe ich, ja. Ja, sehr dankbar und glücklich drüber, ja. Bei dir gibt es, also auch bei der Million, glaube ich, gibt es dann an Diamantinnen, oder? Ja, an Goldenen hat man Millionen und 10 Millionen sind Diamantinnen. 10 Millionen, also da bist du... Ja, wir arbeiten jetzt erstmal an der Million. Wenn das so weiter so gut liefe wie im Moment, dann hätten wir die Million so Mitte nächsten Jahres, also 2023. Mal gucken. You never know. Das heißt weiter so exponentiell ist dann immer so die Frage. Das kann dann, da braucht es dann nur wieder einen Upload-Filter oder so. Tatsächlich ist das so, dass du immer wieder Themen hast. Wir hatten jetzt viel Berichterstattung über Finn Kliemann. Die haben uns, das alleine hat uns 15.000 neue Abonnenten gebracht. Das heißt, du hast Themen, diese Themen behandelst du in der Tiefe, vielleicht auch aus einem Winkel, wie andere YouTuber diese Themen nicht behandeln. Naja, und dann hast du auch wieder Abonnenten. Abonnenten sind schön, sind aber ja auch Schall und Rauch. Sie sind das eine, sind so ein bisschen eine Messlatte für Erfolg für mich jetzt persönlich. Aber viel schöner ist das Feedback, was ich in Kommentaren bekomme, was ich über E-Mails bekomme. Das ist das, was dann wirklich zählt. Wie engagiert sind die Leute auch. Und da bin ich ganz stolz drauf. Die sind alle sehr engagiert, die da meine Videos gucken, ja. Ja, ich bin ja auch Teil der Discord-Community. Also insofern weiß ich, dass da wirklich sehr, auch sehr, sehr im Feld seiende Leute, also da sind ja wirklich Juristen mit drunter oder zumindest welche, die sich dafür halten, ja. Tatsächlich, wir haben so eine Hilf dir selbst Discord-Community. Und da haben wir im letzten Jahr, ich meine, 4000 Anfragen beantwortet von Leuten, die selber ein Rechtsproblem haben. Und dann sind da eben juristische Gelehrte, die sagen hier, das müsste die Lösung sein. Lies mal danach, mach es so, finde ich eigentlich ganz gut. Man würde so denken, wie wahnsinnig sind die Anwälte denn? Die machen sich ja komplett überflüssig, wenn die ein Forum schaffen, wo es Hilfe zur Selbsthilfe gibt. Aber das stimmt nicht, denn letztlich, wenn es richtig knifflig wird, sind wir dann oft auch die erste Anlaufstelle, wenn man ein echtes Mandat hat. Und die kleineren Sachen, bei einer Abo-Falle oder so, habe ich auch gar nichts dagegen, dass die Tipps von außen bekommen, wie man sich da helfen kann. Ich würde jetzt gerne mal zweischrittig vorgehen. Einmal würde ich ein bisschen was zu deiner Geschichte hören, wie du jetzt dahin gekommen bist an den Punkt. Und dann schauen einmal, weil ich ja von dir weiß, dass du mega selbst organisiert bist und das ja für meine Zuschauer auch ein großes Thema ist, da ein bisschen die Produktivität zu steigern und aus den vielleicht 60-Stunden-Wochen da was ein bisschen runter zu kürzen, eben zurückzugehen. Was war dein erster Job? War das tatsächlich der Papageienzuchtverein oder was war das? Was du im Kopf hast, das stimmt. Es war kein Job im Papageienzuchtverein, aber mit 15 habe ich angefangen, für verschiedene Zeitungen zu arbeiten und habe dann da über Kaninchenzüchter geschrieben. Genau. Und dann war ich da viel unterwegs und habe da als rasender Reporter für die Westfälische Rundschau in Gevelsberg da auf Ratssitzungen stundenlang verbracht, auf SPD-Ortsvereinssitzungen. Wenn da wieder ein neuer Vorsitzender gewählt wurde, das habe ich mitgepinnt und mitgeschrieben. Aber tatsächlich hatte ich da viele Jobs. Ich habe auch mal Zeitungen ausgetragen. Ich habe auch mal für einen Heizungsinstallateur, das war so mit einer der krassesten Jobs, alte Öltanks mit Sand zugeschüttet. Da konntest du immer nur 15 Minuten in diesem alten Öltank überhaupt aushalten. So hast du da drin gestunken. Da musstest du schnell wieder rausklettern. Ich habe in einer Schraubenfabrik Schrauben produziert und habe für die AOK Abrechnungen von Rezepten eingetippt im Computer. Also ich sage mal so, bis ich dann anwalt wurde, war mein Weg recht vielfältig. Ganz bestimmt habe ich das Leben von verschiedensten Seiten kennengelernt. Und eigentlich hättest du dich ja in den Journalismus verschlagen sollen, wie du mir ja damals schon erzählt hast. Dass du eher so dieser Bereich des Produzierens, des drüber Berichtens, das wäre eigentlich so deins gewesen von immer, oder? Ja, genau. Wenn du natürlich eine Sache seit du 15 bis immer gemacht hast, jeden Tag gemacht hast, dachtest du so, das ist meine Profession. Ich war erst bei der Zeitung, da war ich bei Radio Enneb-Ruhrkreis, dann bei Radio Köln, da habe ich zehn Jahre Nachrichten gesprochen für WDR 2, den großen westdeutschen Rundfunk hier. Das war natürlich für mich so die Spitze des Erfolges. Und damit habe ich mein Jurastudium finanziert und dachte ich, ja gut, Jura, schön und gut. Das Studium ist jetzt nicht so knorke, das ist relativ trocken. Das ist leider so. Also für mich war das jedenfalls so. Vielleicht empfindet der eine oder andere das nicht so. Aber ich dachte so, ach ey, das jetzt als Beruf ist schwierig. Und dann kam es so, dass ich so viel Journalismus gemacht habe, dass ich dachte, da erkennst du natürlich auch einiges. Jetzt willst du auch mal als Anwalt arbeiten. Jetzt hast du das gelernt. Also interessiert hat es mich natürlich schon. Und das Referendariat ist ja wesentlich pragmatischer und praktischer als jetzt nur das Studium. Hat mich auch nochmal so ein bisschen dahin gebracht. Ja, da bin ich jetzt hängen geblieben die letzten 16 Jahre und habe mittlerweile ja eine Mixtur geschaffen aus beiden. Du hast den YouTube-Kanal schon angesprochen. Wir haben jetzt 850.000 Follower da. Und das heißt, du musst jeden Tag wieder für Inhalte, Content sorgen. Und da bin ich auch wieder so ein bisschen der rasende Reporter, von dem ich sowieso hergekommen bin. Und verbinde aktuell das Anwaltsgeschäft und das einfache Transportieren von komplizierten Informationen mit dem richtigen Business, dem Anwaltsbusiness. Denn darüber kriegen wir natürlich sehr, sehr viele Mandate über den Kanal. Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr habt ja eigene Telefonnummer. Damals war es zumindest so, ja. Woran du das dann ermessen hast können. Aber wie ist da die Conversion? Also kann man sagen, irgendwie gibt es da tatsächlich Zahlen? Kann man vorstellen, ihr werdet das auch in KPIs oder so niederlegen, oder? Ja, absolut. Also wir sind die absoluten Tracking-Spezialisten. Wir messen alles bis zum Abwinken so viel, dass ich manchmal die Zahlen schon gar nicht mehr in Bezug setzen kann. Dass ich so denke, ist das von dem abhängig oder das von dem abhängig? Ja, das ist so. Ja, das ist der YouTube-Algorithmus. Das ist ja an sich schon einmal ein... Du hast ja auch mit diesem YouTube-Coach, mit diesem Jungen, wie heißt der? So geht YouTube. Haben wir angefangen ursprünglich? Jan Fassbender mal. Jan Fassbender, so heißt der, genau. Ja, der, machst du noch was mit dem? Weil der hat ja versucht, ja zumindest immer mal wieder den YouTube-Algorithmus zu erklären. Aber am Ende ist es eine Mischung zwischen Zufall, Glück und gute Arbeit. Ja, nein, also Jan hatte uns ganz am Anfang sehr viel geholfen. Die machen auch immer noch ein bisschen was für uns. Aber mittlerweile sind wir ja zu einer Live-Produktion geworden. Das hat sich seit unserem letzten Gespräch auch, glaube ich, etwas verändert. Mittlerweile ist es ja so, dass ich alles selber schneide in der Sekunde, wo ich es drehe. Das heißt, ich schneide mit den Füßen, während ich spreche. Das ist wie Klavierspielen. Das heißt, ich habe zwei Kameras. Gucke ich in die linke Kamera, drücke ich den linken Fuß. Gucke ich in die rechte Kamera, drücke ich den rechten Fuß. Und soll eine Bauchbinde reinfliegen, dann habe ich so etwas hier, das nennt man ein Streamback. Ich versuche das mal in die Kamera zu halten. Das ist so ein Panel, wie man es früher von TV-Total kannte. Da kann ich also jetzt sagen, jetzt Bauchbinde Christian Solmecke, jetzt Abo-Button einblenden. Und das passiert alles in Echtzeit. Und wer genau hinguckt bei meinen YouTube-Videos, sieht, dass ich, während ich quassle, auch immer wieder irgendwelche Knöpfe drücke. Und damit mache ich den ganzen Schnitt in Echtzeit. Und das ist tatsächlich am Ende jetzt so nochmal der Boost für uns gewesen, dass ich nicht noch tagelang schneiden muss, sondern dass ich tagesaktuell auf so eine Fint-Kliman-Nummer reagieren kann. Wir hören davon, machen das Skript. Das Skript ist 20 Minuten gesprochen und danach steht das ganze Video. Inwieweit steht das Skript von anderen Leuten? Also ist das das, was du dir ausdenkst? Oder bist du nur mehr der Performer? Ich bin nur der Performer. Seriously? Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben montags die Konferenz und da sind wir insgesamt mittlerweile sechs oder sieben Leute. Und die ganze Woche über sammeln wir in unserem Slack-Channel, der heißt YouTube-Ideen, Ideen. Diese Ideen kommen montags auf den Tisch und dann geben wir alle Mann Daumen rauf oder Daumen runter für die Themen. Und dann werden die Themen meistens von Montag auf Dienstag oder auf Mittwoch geschrieben und dann kriege ich die vorbereitet. Ich kriege so ein dickes, fettes Skript und das arbeite ich durch und performe es eben. Klar, die Themen, also viele Themen gebe ich natürlich auch rein. Bei vielen Themen spreche ich mich für das Thema aus, sodass es viele Daumen hoch kriegt. Aber im Endeffekt stimmen wir da im Kollektiv ab. Das sind Jurastudenten, die das mit mir machen. Ich habe eine festangestellte Social-Media-Managerin. Ich habe eine festangestellte Online-Marketing-Managerin. Ich habe einen festangestellten Pressechef. Also das hat sich alles seit unserem letzten Call auch nochmal deutlich erweitert und ist deutlich größer geworden. Naja, wenn ich dann die Themen habe, lege ich los. Heute Morgen habe ich ein Video gedreht zum ersten Kriegsverbrecherprozess in der Ukraine, den es jetzt gerade gab gegen einen 21-Jährigen, der dort wegen Kriegsverbrechen getötet worden ist, zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist, weil er einen 62-Jährigen auf dem Fahrrad erschossen hat, einen Zivilisten erschossen hat. Das war ein ganz bekannter Fall noch aus Februar, aus dem Anfängen des Krieges. Dann habe ich was gemacht zur EU-Chat-Kontrolle. Die EU will bald alle unsere Chats überwachen. Und in die Themen habe ich mich eingearbeitet gestern und heute Morgen produziert. Wow. Und ist das jetzt für dich eine Erleichterung oder warum hast du, wenn du sagst, du stellst jetzt ganz viele Leute an, die hier was abnehmen oder ist da zusätzliche Geschichten mit dazukommen oder versuchst du noch mehr Kunden zu gewinnen oder Klienten oder wie ist das? Das hat ja meistens ein Ziel dahinter. Man holt sich an die Leute und stellt sich zwölf weitere Leute an für nichts. Nein, das stimmt. Also es war so, dass ich so dachte, naja, wir haben ja mehrere Social-Media-Kanäle. Wir haben ja nicht nur YouTube, wir haben Instagram, wir haben sogar einen eigenen TikTok-Kanal, wir haben Facebook, wir haben Twitter und das läuft alles nur nebenbei. Wir haben immer unsere Konzentration auf YouTube gehabt. Und dann habe ich gesagt, okay, das geht doch eigentlich nicht, dass ich das immer so ein bisschen nebenbei mache. Eigentlich ist das unprofessionell. Wir brauchen jetzt jemanden, der nur alles unserer Social-Media-Welten im Blick hält. Und siehe da, kaum war die Maike da, gehen auch die anderen Kanäle relativ steil ab. Also wir haben so 300, 400 neue Abonnenten bei Instagram, aber auf unserem Kanzleikanal, was ja schon wirklich beachtlich ist, denn wer liked schon eine Kanzlei? Naja, der YouTube-Kanal heißt ja auch so. Heißt ja auch so, das ist vollkommen recht. Also insofern, das ist sicherlich ungewöhnlich, aber das macht Maike. Und Shannon ist zuständig für unser Online-Marketing, denn natürlich machen wir nicht nur etwas über Social Media, kriegen nicht nur Mandanten über Social Media, sondern schalten auch gezielt Werbung. Da hatten wir bislang immer Agenturen, die das gemacht haben, aber ich wollte das Wissen in-house haben und habe gesagt, okay, ich brauche jetzt erstmal eine Schnittstelle zu den Agenturen. Und sie lernt von den Agenturen. Und in ferner Zukunft können wir vielleicht auch die Agenturen ein bisschen abbauen und das dann selber machen. Aber jetzt kontrolliert sie die wenigsten. Und ich hatte so viel zu tun, weil wir so stark gewachsen sind. Wir sind jetzt mit Freien fast 200 Mitarbeiter. Das ist so ein Riesenladen geworden, das ich ja fast nur noch mit der Steuerung beschäftigt bin. Ja, Applaus, Applaus, Applaus. Ich gratuliere dir von Herzen. Ich finde das so geil. Weißt du, du hockst dir da irgendwann hin, erzählst deine Geschichten aus dem Anwaltsdasein und machst im Prinzip das Beste, was man tun kann. Erklären, Bildung bieten sozusagen. Ist ja mein Thema auch wieder. Und jetzt hast du da ein Riesenunternehmen, das sich da drumherum um dich aufbaut. Oder du dir drumherum aufbaut. Genau. Also man kann das positiv sehen, man kann es auch negativ sehen, weil das ist auch eine Riesenverantwortung natürlich. Du musst also richtig, richtig rankarren. Das ist schon anstrengender geworden, seit es so groß ist, muss ich sagen. Aber ich habe junge, neue Geschäftspartner auch gefunden, die hinten nachgewachsen sind. Und Raffaella Wilde ist mittlerweile mit 67 ausgeschieden. Das war auch immer klar. Sie wollte mit 67 in Rente gehen. Das heißt, eine der Kanzleigründerinnen, die auch immer noch so eine Säule war, war da. Michael Beuger scheidet auch in drei bis vier Jahren aus. Dann bin ich der Oldie dort. Das heißt, wir bauen jetzt schon unten drunter den Nachwuchs, damit ich nicht alles alleine machen muss. Der Umbau erfolgt gerade. Wir ziehen auch jetzt in neue Räume in einem Jahr, aber so viel Vorlauf braucht es auch. Wir werden moderner noch mal, haben dann ein eigenes Fitnessstudio, wo die Menschen trainieren können. Wann wird das stattfinden? Im Juli nächsten Jahres. Das ist ein ganz neu gebautes Objekt hier in Köln. Super stylisch. Da haben wir dich ja mal besucht. Ich war noch nie in Köln. Aber wenn wir nach Köln kommen. Du musst nach Köln kommen. Und dann musst du vor allen Dingen eins tun. Du musst dann auf den Kölner Dom rauf. Das kostet drei Euro, aber der Blick ist unbezahlbar. Und vor allen Dingen diese 550 Stufen, die du dann gegangen bist, die vergisst du auf keinen Fall. Ich bin pro Jahr zwei, dreimal oben auf dem Kölner Dom. Immer wieder. Finde ich super. Aber dann darf ich dich besuchen. Das war die Frage. Dann kommst du vorbei. Dann mach mal ein drittes Interview von Herzen, mein Lieber. Du bist sehr gerne eingeladen. Absolut. Da wollen wir auch ein neues YouTube-Studio lassen. Wir können gerade konzipieren, was nochmal so ein neuer, ja, neuen i-Tüpfelchen setzen soll. Also ein bisschen was kommt da noch, aber es schlaucht auch. Das muss man ja nicht verheimlichen. Das ist schon bei so einem großen Laden jetzt echt anstrengend geworden. Ja, du machst dir aber auch selber nicht leicht. Also man müsste ja nicht sieben die Woche. Also es gingen ja auch, also Kanäle laufen gut mit drei die Woche zum Beispiel. Das stimmt. Es ist nur natürlich so, du hast vollkommen recht. Es ist nur so, ich habe gemerkt. Die KPIs werden sich nicht verändern. Ja, aber es ist so, mache ich, also wir haben im Schnitt aktuell sieben Millionen Zuschauer im Monat. Oder sieben Millionen Videoabrufe im Monat. Und das sind halt, ja, weiß ich, ein bisschen über 200.000 am Tag. Mache ich sieben, die Woche habe ich 1,4 Millionen Videoabrufe roundabout in der Woche. Mache ich nur noch die Hälfte, habe ich auch nur noch die Hälfte der Abrufe. Und das finde ich so schade. Ich kann es verdoppeln und habe dann auch die doppelte Anzahl. Und ich erhöhe die Chance auf so ein Hit-Video. Das ist natürlich auch klar. Und das ist der Grund, warum wir da irgendwie dranbleiben. Aber jetzt will ich zum Beispiel in Sommerferien, das ist schon ein Problem. Da mache ich jetzt hier eine Lesung aus meinem Taschenanwalt. Da gibt es also 28 Tage nur Lesungen aus dem Taschenanwalt. Also das wäre sozusagen jetzt meine Sommerferien. Habe ich mit dem Verlag ausgemacht, bin ich schon ganz happy. Weil 28 Lesungen, die sind also drei bis fünf Minuten lang, ist trotzdem sehr guter Inhalt, weil wir ja lange an dem Buch geschrieben haben oder ich lange an dem Buch geschrieben habe. Aber die Produktion ist da dann nicht mehr so aufwendig wie ein YouTube-Video. Da kann man mal, also die Idee war, entweder ich mache jetzt 28 Tage Pause oder wir hauen so 10 Prozent des Buches einfach mal for free raus. Und das machen wir im Sommer. Also da freue ich mich schon total drauf. Wir fahren nach Sardinien. Ich kann meine Kitesurfing-Skills ein bisschen verbessern, die noch ganz schlecht sind. Kommst du an Innsbruck vorbei, so tatsächlich? Ja, aber ich fliege wahrscheinlich nur wieder. Ja, das hätte ich gesagt, gerne, gerne zeige ich dir Innsbruck und führe dich ein bisschen herum. Das war es sogar noch nie. Ich habe tatsächlich euer Zukunftsleitbild gelesen, wo das Warum auch mit drin steht und euer Antrieb. Nimmst du das ernst und was ist tatsächlich dein Warum für dich? Weil mir scheint, wenn du dir den arg aufreißt, in Anführungszeichen, und ich sage jetzt mal finanziell, ist es jetzt, glaube ich, nicht arg relevant für dich, ob du jetzt da noch mehr Klienten gewinnst. Weil ich glaube, wenn du jetzt auf der Level weiter bliebest, hast für dein Leben, glaube ich, genug Klienten, oder? Richtig, man könnte jetzt in Rente gehen, das stimmt. Also theoretisch kannst du sogar in Rente gehen, aber das ist ja nicht der Antrieb. Nein, eben, das ist ja die Frage jetzt. Der Antrieb im Zukunftsbild ist, die Welt jeden Tag ein Stück gerechter machen. Das ist ja so ein bisschen das, was wir entwickelt haben. Und das war also eine Mega-Erfahrung für uns. Ich habe den Carsten Fuchs bei einem Kongress in Graz kennengelernt. Und er sagt mir, ich mache Zukunftsbilder. Und ich so zu ihm, was sind denn Zukunftsbilder? Ja, und ja, Leute, wir gehen ins Coaching und gucken, was wollt ihr alle gemeinsam erreichen? Ich kann dir, du kannst es gar nicht glauben, ja, weil wir haben das erst mal als vier Partner entwickelt, dann haben wir noch die ganze Kanzlei mitentwickeln lassen. Und dieses Zukunftsbild haben wir der Innenarchitektin vorgelegt, die jetzt unsere neuen Räume stylt. Und die neuen Räume, die liest da drin, wie in einem offenen Buch, die neuen Räume sind so geworden, wie wir das im Zukunftsbild beschrieben haben. Ich sagte, das war ja super, ihr hattet das ja alles schon da beschrieben. Und als Corona kam, hatten wir ja schon ein fertiges Homeoffice-Konzept im Zukunftsbild stehen. Das war ja die Zukunft, die kam jetzt ein bisschen schneller als gedacht. Aber wir hatten das ja im Zukunftsbild gemeinsam schon erarbeitet und dachten, das müssen wir so in den nächsten sechs, sieben Jahren erreichen. Dann haben wir es halt nach einem Jahr schon umgesetzt, ja. Das war irre. Also wir sind durch die Corona-Zeit so durchmarschiert, weil wir das entwickelt hatten. Und das fasziniert mich schon, ja. Und immer wieder, wenn wir was wissen wollen, nehmen wir das Zukunftsbild zur Hand und sagen uns, wie haben wir uns das denn vor drei Jahren mal überlegt? Oder machen wir das doch so? Das war echt eine starke Nummer. Und das lebt man auch. Aber tatsächlich bin ich erst zufrieden, wenn ich jetzt so nach unten hin den Unterbau geschaffen habe. Da bin ich jetzt dran. Ich selbst bin zwar mit 48 da schon der Oldie, aber ein paar Jährchen, sagen wir mal 10-Jährchen, will ich vermutlich noch machen. Ich glaube, bis Mitte 50, keine Ahnung, ja. Bis dahin will ich meine Software-Company Legal Visio noch in ein stabiles Fahrwasser gebracht bekommen. Und die Kanzlei soll eben jungen, frischen Unterbau bekommen haben. Das sind so die Antriebsfedern, die ich aktuell so sehe und habe. Glaubst du, dass wir, also jetzt eigentlich ist es ein reiner Guess jetzt, also ein reiner Educated Guess heißt ja immer so eine Annahme von einem, der ein bisschen Ahnung hat, dass du irgendwann gar nicht mehr gebraucht wirst, sondern das tatsächlich ein Avatar mit Christian macht? Weil, ich meine, Deepfakes gibt es ja heute schon und in 10 Jahren. Ich meine, mit der Rechenfähigkeit, ich glaube, da kann sich jeder hinsetzen und kriegt deinen Kopf aufgesetzt. Also, was meinen YouTube-Kanal betrifft, kann ich mir das schon vorstellen, dass da Leutchen, du siehst ja auch, gestern habe ich so eine Apple-TV-Plus-Animation gesehen, die Welt vor 66 Millionen Jahren. Und da haben die im Video, denkst du, du würdest die Dinosaurier sehen. Das ist ja so wahnsinnig, ja. Also, das kann ich mir schon vorstellen, ob ein Avatar dann auch so die wahnwitzigsten Spontaneinfälle hat, die ich so während eines YouTube-Videos manchmal habe, ob diese, ja, ein Stück weit auch Kreativität dann von Avataren übernommen wird, da bin ich, wäre ich mal gespannt und ob das dann noch genauso rüberkommt, ja. Aber vielleicht gucken dann ja auch nur noch Avatare und wir Menschen liegen in der Sonne und dann ist ja auch wieder egal, ja. Let's hope, let's hope, ja. Also, ich bin auch kein Freund der reinen Roboterisierung oder wie auch immer das ich dann schimpfen mag. Mein lieber Christian, ich möchte mich für den ersten Teil bei dir bedanken, empfehle jedem zu Hause unbedingt, sich dieses Werkes anzunehmen, da noch, ist auch noch mit ein paar Kilo mehr und da werden wir im zweiten Teil eben auch noch drauf eingehen. 30 Kilo mehr noch. Warum heute ein erschlankter Christian Solmecke vor mir sitzt und wie du dir deinen Alltag, der dann eigentlich schon sehr stressig sein müsste, aber offenbar nicht ist, gestaltest. Bis zum zweiten Teil. Danke dir. Willst du das laufen lassen oder machen wir zwei draus? Machen wir zwei draus, ist besser. Mal gucken, dann ist es einfacher. Danke dir.